Moin Moin, ich bin's, euer Flakki. Wie ihr sicherlich schon hier heraushört, halt dieser Raum hier ganz schön. Und ich habe mir gedacht, weil dieser Raum hier so leer ist, denn dieser Raum ist mit Ausnahme dieses Relax-Sessels gar nicht mehr möbliert, habe ich mir mal jetzt so gedacht, dass es hier eine gute Kulisse zum Rülpsen gibt. Ein Rülps mit Halbeffekt. Und damit das auch gut klappt, habe ich hier wieder mein Lieblingsgetränk. Ihr kennt es sicherlich aus einem meiner letzten Videos, das ist diese gifgrüne Flasche hier, nennt sich Mountain Dew. Und diese Flasche hier werde ich komplett austrinken. Viel Spaß beim Zuschauen! So, ich bin gespannt, wann der erste Rülpser rauskommen wird. Mit dem Halbeffekt, der erste Rülpser rauskommt, sieht es sich noch etwas brutaler an. Und das ist jetzt logicisch. Mit dem Halbeffekt, der erste Rülpser rauskommt, So, die Flasche ist jetzt komplett ausgetrunken. 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 Oh Ja 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 Oh, mir wird jetzt gerade ein bisschen schlecht, der letzte Hübser war schon ziemlich brutal. Oha, was war das denn? Mit so einem Hübser habe ich überhaupt nicht gerechnet. Oh. 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 Ich glaube, ich sollte jetzt lieber aufhören. Oh, vielleicht kommt noch ein Hübser? Oh. So, ich glaube, ich habe mich jetzt ausgerülpst. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal rülpse, dann muss ich mich wirklich übergeben.